Erstmal. Jetzt haben wir den Sack zugebunden, Severin. Ja, haben wir. Denn vom Freitag angefangen, über den Sonnabend. Du bist sicher einer, der auch zusammenzählen kann die Sprünge. Es gab nur einen würdigen Sieger und der heißt Severin Freund. Ja, heuer ist es mir gelungen. Letztes Jahr zweimal Zweiter, heuer Erster und Dritter. Wieder dieselbe Punktanzahl, aber wenn der Sieg dabei ist, macht es doch ein bisschen mehr Spaß. Die selbe Punktzahl? 160 Punkte letztes Jahr, 160 Punkte heuer. Ist mir völlig entgangen, ja. Aber, heuer mit Sieg und das ist ja doch nochmal ein bisschen schöner. Ja, da musst du gleich wieder Walzer tanzen. Was war denn mit der Bindung am ersten Sprung? Was war denn da? Ja, das ist ein neuer Ski und das neue Montieren. Das Ganze ist ein bisschen fragil. Aber der Sprung war einfach sehr, sehr scharf angesprungen. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Ski reingelaufen ist. Aber zum Glück war genug Wind da, dass man mit dem Plus, dass man da doch ans Beat hat, trotzdem noch ganz runterfliegen kann. Also im Moment kann man dich nachts um 12 wecken. Es geht, ne? Ja, vor allem in Willingen. Vor allem in Willingen. Du kannst mal schon einen Eindruck aussprechen. Den Mittwoch nach Planitz, da weiß ich wo du bist. Ja. Wo bist du da? Ich weiß es, da. Im Berlin sind wir da. Das sind wir. So, dankeschön. Und jetzt müssen wir schnell machen. Wir kriegen schon die rote Karte. Tschüss. Ja. Ja. Ja.